Diese Fahrverbote schon dieses Jahr? Noch dieses Jahr will die Bundesregierung streckenbezogene Fahrverbote bei zu hoher Abgasbelastung ermöglichen. Das geht aus einem Medienbericht hervor. Die Bundesregierung will nach einem Medienbericht in Kürze eine Rechtsgrundlage für streckenbezogene Fahrverbote bei einer zu hohen Abgasbelastung in den Städten schaffen. Das kündigte das Bundesverkehrsministerium in der Antwort auf eine schriftliche Frage des grünen Abgeordneten Matthias Gastel an, die der Dilldorfer Rheinischen Post vorliegt. Es soll eine neue Rechtsgrundlage zur Anordnung von streckenbezogenen Verkehrsverboten oder Beschränkungen zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor Feinstaub oder Abgasen, Stickstoffdioxid, in der Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsordnung, geschaffen werden, wird Verkehrsstaatssekretär Norbert Bartle, CDU, zitiert. Die Regelung könnte demnach bereits Teil der Straßenverkehrsordnung-Novelle werden, die dieses Jahr abgeschlossen werden soll. Damit wären künftig erstmals im Straßenverkehrsrecht auch streckenbezogene Gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen zum Schutz vor Feinstaub möglich. Fahrverbote könnten die Städte dann auch unabhängig vom Vorliegen eines Luftreinhalteplans anordnen. Die Bundesregierung hatte am Freitag mögliche Konsequenzen aus dem anstehenden Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Fahrverboten für Dieselautos offengelassen. Es gelte abzuwarten, was das Gericht am Dienstag verkünden werde, sagte wisse Regierungssprecherin Ulrike Dehmer. Sie äußerte sich nicht konkret dazu, ob Kanzlerin Angela Merkel, CDU, eine blaue Plakette befürworten würde, mit der nur saubere Dieselzufahrt in bestimmte Stadtgebiete bekommen könnten. Am Bundesverwaltungsgericht geht es zentral darum, ob Städteverbote eigenmächtig anordnen könnten oder dafür neue, bundeseinheitliche Regeln nötig wären, etwa eine Plakette. In vielen Städten werden Schadstoffgrenzwerte überschritten. Diesel sind eine Hauptursache. Das Umweltministerium pocht darauf, zur Schadstoffreduzierung zuerst umbauten an älteren Dieselmotoren auf Herstellerkosten durchzusetzen. Der grünen Politiker Gastel sagte der Rheinischen Post, die Bundesregierung scheine Fahrverbote inzwischen für unvermeidlich zu halten. Damit gestehe sie auch ihr eigenes Versagen in Sachen Luftreinhaltung ein. Zu der geplanten Regelung über die Straßenverkehrsordnung sagte Gastel, es sei zwar gut, Rechtssicherheit zu schaffen. Er warnte aber vor einem Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen, weil die Bundesregierung die Verantwortung auf Städte und Kommunen abwälzt. Deshalb sei aus seiner Sicht ein Gesetz zur Einführung einer bundesweiten blauen Plakette für schadstoffarme Dieselautos nötig. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.